Au! Au, 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 weg! Oh, oh! Oh, machen wir mal ein Wunder an der Seite hängen! Jetzt wird es mich nicht wundern, wenn der Puls wieder hochgeht! Dann werde ich noch einmal schnell speichern und dann geht es weiter! Schwere Geburt! So, Luis, wo hast du jetzt aber deine Markierungen? Ah, Steel Sea spiele ich gerade zum ersten Mal, ja! Deswegen weiß ich noch nicht ganz, wo die Wegbindung ist. Aber storytechnisch bin ich im Bilde! Da ist grün! War da was? Ich hätte jetzt gedacht, da wäre es grün gewesen! Da ist grün! Liegenbleiben! Dankeschön! Kommt mir das so vor, oder wann den Hauptteil... Haben wir den mehr ausgehalten, die Viecher? Wir sind fast da! Danke für die Hilfe, Luis! Ja, danke sagts! Hätten wir jetzt auch nicht mehr gebraucht! Ist da ein Schatz? Nein! Da kommt doch jetzt gleich was, oder? Da kommt doch jetzt gleich was, oder? Ach, so viel Stuff! Und wir sind voll! Ach, auch vom Schwierigkeitsgrad kommt das drauf an, ob da jetzt was kommt? Ah! Verstehe! Eigentlich hätte ich die anderen Zielführung noch verkaufen können, hm? Biosensorisches? Okay! Ah, das! Und Aufbewahrung! Das brauche ich momentan auch nicht! Unser Messer hätte ich noch reparieren können, ich trottel! Au! Tüdel tüdel tü! Moment! Ah, da ist ja noch einer! Warum kommt der andere nicht? Ah, da hinten ist er! Oo, hau, hau! Au, 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 au! Oh, ja! hoho oh, mach mal ein Wunder in der Seitenhänge jetzt würd's mich nicht wundern, wenn der Puls wieder hochgeht jedes Mal aufhören ja, hab ich verdient Moment, Moment! Lass mich rein! Eieieieieiei Ok 104 ist Rekord? Ja, dann holt's's auch noch in Grenzen Weißt du was? Für was haben wir das gemacht? Ja, ja Ja, ja Au, 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 au Aber hey, der hat uns geholfen Dankeschön So, Kumpel, jetzt sind wir bloß noch mir da, he? Ja Ich hab mal mit mir am Hochleistungs-Zielführende war Glaubt mir nicht so hochleistungsmäßig aus Ist schon mehr hochleistungsmäßig Egal, wer heißt's noch? Stahldämpfer, he? Oh ja, das Teil ist geil Oh ja, das Teil ist geil Komm, dreh dich an eine Richtung 106 haben wir gut? Ja Es ist aber auch stressig Machen wir mal zugutehalten Und mein Freund weißte du auch nicht einmal schön langsam schlafen legen Es wär Zeit dafür Gut, dass wir noch ein bisschen Scharfschützen gemacht haben Oh ja Bleib weg von mir Bleib weg von mir Oh Oh, er ist tot Oh, er ist tot Oh, schade Oh, er ist müde Weil er dort liegt Schönes Hat Spaß gemacht Oh, da liegt auch noch Muni Die Pistole Oh, die Pistole Dankeschön Brauchen wir Oh ja Das glaube ich auch 12 Torten Das ist eine Hausnummer Das du Wabbelbarkn Oder wie? Beruflich Grünes Kraut Das nehmen wir auch Was? Was war das? Schießpulver. Oh, das ist unten. Da gehen wir jetzt nicht nochmal. Ich glaube, das kommen wir vor Schmerzen. Schwere Granate. Endlich. Jetzt gibt es die krassen Dinge. Dein Bruder. Ist aber natürlich gut für die, ne? Wenn ihr Torten gebackt. Da sollte dann doch schon immer was abspringen. Die Kreatur in der Rohrbestellen. Nicht jetzt, oder? Ach, nö. Hast du was? Nein. Haben wir was gefunden zum Verkaufen? In der Krone können wir noch was einfügen. Düb, 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 düb. Nein. So. Dann bekommen wir wieder ein bisschen Money. 70.000. Geil. Und dann tunen. Erstmal reparieren. Ich habe noch eine gute Arbeit, wenn ich das bladern. Ich habe noch aber doch meine alte Ahnung. Das können wir verkaufen. Die brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben jetzt die Stingray. Die macht halt fast überhaupt kein Damage, ne? Spezial Upgrade erhöht die Feuerrate auf das Doppelte. Magazingröße nehmen wir nur. Red 9. Würde ich auch noch gerne machen. Aber na ja. Das sparen wir uns. Danke. Komm bald. Spiel speiern. Oh je. Ja, also Steel Sea. Wirklich halt einmal zocken. Wie gesagt, ich weiß mit den Farbenbonus, ne? Dass man da mehr auszuholen kann. Ich glaube 100.000 Wehrkrone. Aber auf das. Gehe nicht. Das ist nah. Ja, das habe ich auch gehört, dass das nah ist. Gibt es da Schätze? Nö. Ja. Ich wäre sehr wenigstens. Wirklich. Eles sind die действительно 문제 ist. Wirklich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020